2019 football box case break nummer 1 teams sind auf der rechten seite dann kann alle für den viel glück hier we go a box case unparallel sollte meine kleine schreiben kurz viel glück so sehen die aus wenn er einzeln boxen möchte oder so ich habe davon was da gerne anschreiben hier we go jetzt mal eine box an wie die so insgesamt aussehen überblick haben also das sind die base marquis brown für die ravens rookie sind die normalen wir haben der islam für die giants rookie die sind nicht nummeriert sehen aber eigentlich ganz schick aus die sind ja eigentlich immer und ist geil focus rookie focus nick bosa kann man sehen wie cool die glänzen ich mag ja sowas aber das liefst natürlich auch nicht am 1 lieben hier also das ist die normale rookie focus für die 49ers aber sehr schöne karte muss ja okay dann haben wir der islam das ist ein anderes insert seht ihr den hintergrund die ist nummeriert auf 150 und nennt sich internet auf 150 limitiert entwird für die giants dann haben wir auch sehr cool ist fast wie revolution groove nennt sich das das war aus den tariq kohen für die bärs okwara für die lions auch so ein cooles neues insert vielleicht nennt sich das so viele verschiedene das ist die normale base ebook kam für die rams und wir haben sony mich ja für die patriots das gewinnspiel mache ich vermutlich morgen werde ich nicht schaffen meine frau kommen morgen aus dem krankenhaus muss ich abholen alles also ein bisschen viel betrieb tj hawkinson lions rookie und maxorley für die raisins wahrscheinlich am freitag werde ich alles hinkriegen sorry dass ein bisschen länger dauert gedauert hat rams the thrill of victory sehr gerne karte die sehen echt cool aus gefallen mir für die rams dann haben wir jonathan abram für die raiders und die ist auf 75 limitiert 9 von 75 und nennt sich impact zum glück ist hinten drauf revolution gab es mal ein jahr wo gar nichts rausschauen da konnte man kaum erkennen ob sie also konnte man echt kaum unterschiede erkennen wo im richtigen blickwinkel toni polat für die cowboys vielleicht parallel wir haben genade avery fly parallel für die browns und zwei base rein kerrigan für die redskins und mo ellie cox für die colts ja war diese woche alles ein bisschen unerwartet ein bisschen chaotisch travis homer für die seahawks normale rookie und deontae johnson für die steelers rookie dann haben wir patrick mahomes spirit of the game parallel nicht nummeriert wir haben aquava für die lions das sollte astro parallel astro astral auf 200 limitiert für die lions wir haben für die bangles drew sample also nur ein sample group parallel nisman für die falcons flight parallel die sind nicht nummeriert und zwei normaler rookies tevin coleman da sind normal besser und von miller für die broncos keine weiter geht's mit packers rookie rashaan gary und panthers rookie holyfield dann haben wir review rookie review josh jacobs für die raiders nicht nummeriert und lamar jackson für die ravens und die ist auf 150 infinites haben wir eben schon mal lamar jackson für die ravens ich glaube es ist für für team sammler richtig cooles produkt zum sammeln weit zeit für die eagles flight parallel wir haben für die jets jameson crowder fly parallel und zwei base julia jones falcons und ingram für die ravens nix der pack wir haben auch kein hit noch aber jetzt kommt nicht glaube ich ja all right colts paris campbell mein geheimfavorit für rookie of the year und da kommt ein jersey tyree jackson für die bills und ein jersey ist kenyon drake für die dorf ist nummeriert jetzt auf 150 neben sich von 150 für die miami dolphins weiter geht's mit on water für die ravens world parallel und meine kleine schreck ich muss eben kurz auf 129 limitiert für die ravens jungs gibt mir eine sekunde bitte dass wir hier liegen kungen k Rinne danke k Vielen Dank. 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 Harman Rookie und das erste Auto ist Armstead für die Jacksonville Jaguars Armstead Rookie Auto für die Jags Dann haben wir für die Giants Cyclone Barclay Groove Parallel Wir haben Jalen Ramsey Flight Parallel Tariq Cohen Flight Parallel und zwei Bays Cyclone Barclay und Corey Davis Titans Ja ich hab da auch irgendwas aber na gut ich muss gleich mal gucken Williams für die Patriots und Monte Sweat für die Redskins Rookie und Jersey Auto ist Gary Jennings Jr. für die Seattle Seahawks Gary Jennings Jr. für die Seahawks Nicht nummeriert, Seattle Seahawks Dann Buccaneers, Murphy Bunting auf 200 Parallel und zwar Astro Wir haben Larry Fitzgerald, Mr. Nice Guy Groove Parallel Wir haben Josh Oliver für die Jaguars Flight Parallel Base ist Russell Wilson oder Sean McCoy Ja so einen Beißring habe ich auch aber Ja konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht holen Hört für die 49ers Ed Oliver für die Bills Rookie Und wir haben Patriots High Flyers Julian Edelman Nicht nummeriert Wir haben Travis Kelce Impact auf 75 für die Chiefs Wir haben Jason Sanders für die Dolphins Flight Parallel Larry Fitzgerald Flight Parallel für die Cardinals Groogia Hill für die Eagles Und Onwazor für die Ravens Das war eine Box Nummer 1 Okay sowas geht sich auf? Gut, gut zu wissen Ja ich muss gleich mal gucken Gut, gut zu wissen Ferguson für die Ravens Noah Fenn für die Broncos Dann haben wir Rookie Focus Josh Jacobs für die Raiders Wir haben Steelers Deontay Johnson auf 200 Pittsburgh Steelers Dann haben wir Patrick Mahomes für die Chiefs Groove Parallel nicht nummeriert Zach Ertz für die Eagles Flight Und zwei Base Einmal Rookie Sean Williams für die 49ers Und Juden für die Ravens Die Alle hintereinander machen Dann geht's ein bisschen schneller Weil ich weiß nicht so lange ein Wir haben Buccaneers Murphy Bunting Rookie Und Eagles Rookie Asita Whiteside Dann haben wir Jersey Derrick Henry für die Titans Nicht nummeriert Wir haben Charverius Award für die Chiefs Auf 129 Parallel Wir haben Raiders Claire McFarrell Groove Parallel Wir haben Eli Manning für die Giants Flight Parallel Zwei Base Und zwar Sonny Michel und Latimore Wir haben Rookie Josh Oliver für die Jags Und für die Redskins Bryce Love Dann haben wir Rookie Review Miko Hartman Jr. Nicht nummeriert Wir haben Nick Foles Für die Jaguars Sie sollte nummeriert sein Jaguars Auf 200 Astral Parallel Wir haben Stanley Morgan Jr. Rookie Flight Parallel Karl Joseph für die Raiders Flight Parallel Wir haben Base Z'Darri Smith Für die Packers Will Fuller Für die Texans Rocky Sin Geister Name ever Für die Coles Rookie Und Garten Minshew Für die Jags Spirit of the Game Is Michael Thomas Wir haben Marshawn Latimore Impact Auf 75 Für die Saints Ja, coole Parallels Wir haben Terrell Sox Für die Cardinals Groove Parallel Und Jeff Wilson Für die 49ers Flight Parallel Soi Base Jameis Winston Und Juju Rookie Is Dexter Williams Für die Packers Und DK Metcalf Für die Seahawks Wir haben Saquon Barkley Insert Und Christian McCaffrey Für Die Panthers Auf 200 Rookie Rookie Is Quinn Williams Rookie Und Mike Badgley Für die Chargers Flight Parallel Zwei Base Matt Breda Und Mark Ingram Rookie Josh Allen Für die Jags Und Damian Harris Für die Patriots Jersey Patch Auto Ist Dwayne Haskins Für Die Redskins Nice Auf 150 Und die geht an Sebastian Sehr schön Congrats Nice Hit Jordan Howard Hyper Auf 25 Für die Eagles Hyper Für die Eagles Schöne Schöne Parallels Schöne Parallels Sie sehen gut aus Galactic sind am besten Die sind glaube ich nicht nummeriert diesmal ne Groove immer noch nicht Karin Johnson Karin Johnson für die Lions 6 von 25 Penny Hart Victory Für die Chiefs Mahomes Und Tramon Smith Für die Chiefs Auf 150 Parallel Chiefs Für die Schöne Schöne Der Fohle hat lange weile Murloch Hi, Haki! Hier geht's, Pokémon 3. Für Glück! Dann haben wir Travian Williams auf 150 Infinite Parallel für die Bengals. Wir haben Will Fuller für die Texans Flight und Sterling Shepard. Zwei Base, Barclay und Ingram. Dann haben wir Travis Homer, Rookie für die Seahawks und Deontay Johnson für die Steelers. Und Patch Auto ist für die Washington Redskins Terry McLaurin. Zweite Redskins Hit. Terry McLaurin. Nicht nummeriert. Jersey Auto, leider kein Patch. Will Fuller für die Texans auf 200. Wir haben Dwayne Haskins, Rookie Groove Parallel. Daniel Savage Jr. Wir haben zwei Base, Kenny Galladay und Von Miller. Wir haben TJ Hawkinson, Rookie für die Lions und Trace McSorley für die Ravens. Und Auto, sehr cool ist Auto, Lenny Moore für die Colts. Sehr cool, das ist ein schönes Set. Oh, Fight Your Sleeve. Ups. Lenny Moore für die Indianapolis Colts. Und hier Christian. Sehr cool, ist nummeriert. Jawohl, auf 99. Colts in the house. Sorry, jetzt geht die Armstrong mal weg. Tun wir die mal dahin. Ein bisschen Abwechslung hier haben. Okay. All right. Spirit of the Game ist Adam Thielen für Groove Parallel für die Vikings. Sonny Michel für die Patriots. Carson für die Seahawks. Zwei Base. Julia Jones und Molly Cox. Wir haben Marquise Brown für die Ravens, Rookie. Und Derry Slate für die Giants. Und Jersey ist für Vaughn Miller und die Broncos. Auf 150. Broncos. Wir haben Rookie Benny Snell Jr. auf 129 für die Steelers. Wir haben Latimore für die Ravens, äh, für die Saints, sorry. Justin Lane, Flight Rookie. Wir haben Tervin Coleman und Sonny Michel, Base. Travion Williams für die Bengals, Rookie. Und, äh, Tristan Hill für die Cowboys. Dann haben wir Rookie Review, äh, Nikhil Harry für die, äh, Patriots. Wir haben Anthony Miller, Infinite auf 150 für die Bears. Wir haben Colts, Moe Alleycocks, Flight Parallel und, äh, Nate Gary, für die Eagles, Flight. Äh, Kerrigan Rookie und Base Will Fuller. Dann haben wir Daniel Henderson für die Rams, äh, normale Rookie. So wie Jonah Williams für die Bengals. Spirit of the Game ist J.J. Watt für die Texans. Und Nikhil Harry für die Patriots. Die sind schon geil aus, die Karten, wie die. Muss man live sehen, glaube ich, um uns einzuschätzen. Oh, auf 217 von 200 für die Patriots. Wir haben, äh, J.J. Watt, Groove Parallel, nicht nummeriert. Devin White, Rookie. Äh, Ibukam für die Rams, äh, Rookie. Dann haben wir noch eine Base, Juju. Dann haben wir Divo Samuel für die 49ers, Rookie. Und Dexter Williams für die Packers. Wir haben Tom Brady, sehr geile Karte. Tom Brady, The Thrill of Victory. Das ist ein geiles Set. Gibt es auch Paralleles von? Interessant. Jason Witten, äh, wow. Cowboys, Jason Witten, Fireworks. Drei von fünf. Sehr cool. Und die hat Mirko. Und die sehen echt cool aus. Mit dem Effekt. Ja, sieht man schwer da. Sehr cool. Fallen mir. Jason Witten auf fünf. Mirko. Wir haben, äh, Von Miller für Broncos Base. Christian Kirk für die Cardinals. Wir haben Dan Arnold für, äh, heißt echt Dan Arnold. Nicht Sam Donald, sondern Dan Arnold. Ist er Sam Donald jetzt nur für die Saints? Hehehe. Ha, 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 ha. Travis Kelsey Base. Uh, D.K. Mackal für die Seahawks. Wir haben Josh Allen für die Jacks. Und den Fokus ist Nick Bosa für die 49ers. Wir haben Calvin Ridley für die Texans, World Parallel auf 129. Wir haben Clay Matthews, Groove Parallel, Miles Sanders für die Eagles, Kirk Cousins und Matt Juden für die Ravens. Alright, nächste Box. Der Ampeller ist cool. Der hat sehr schöne Parallels, mal was ganz anderes. Ja. Ja, aber letztendlich ist es nichts anderes als Revolution, ne, Mike? Alright, nächste Box. LJ Cullier für die Seahawks. Wir haben Dakota Allen, Spirit of the Game is Adam Thielen. Und wir haben Okwara für die Lions. Das soll denummeriert sein. Das ist immer die gleiche Reihenfolge auf 129 ist die. 129 für die Lions. Wir haben Earl Thomas, Groove. Dann haben wir Keith Kirkwood, Flight. Zwei Base, Shepard und Thomas. Wir haben Base, David Sills für die Bills. Kyla Murray, Rookie für die Cardinals. Wir haben ein Insert, und zwar Thrill of Victory. Alvin Kamara, sehr coole Karte auch. Und die sollte dann nummeriert sein. Kamu Brugger-Hill für die Eagles. Und die ist nummeriert auf 150. Dann haben wir Miles Gaskin. Das sollte ein Flight Parallel sein. Jamal Adams, Marvin Jones und Shelby Harris Base. Dann haben wir Rookies Devin Bush und Miles Boykin. Focus ist Daniel Jones für die Giants. Und Kyle Van Nooy für die Patriots. Auf 200. Wir haben Z'Darrius Smith für die Packers Groove. Und John Johnson für Light Parallel. Zwei Base, Autry und Ridley. Wir haben Dwayne Haskins, Rookie für die Redskins. Und Alex Barnes für die Titans. Wir haben Darius Leonard für die Colts. Und die sollte nummeriert sein. David Johnson für die Cardinals. Auf 200. Ja, auf 200. Und wir haben noch Hakim Butler für die Cardinals, Rookie. Ja, das stimmt. Aber es war auch Anfang der Jahre. Da gab es das auch in den anderen Serien nicht. Chris Carson Base und Kian Corrosen, Rookie für die Patriots. Davin Thompson für die Chiefs. Und Irv Smith Jr. für die Vikings. Wir haben Randy Moss für die Patriots. Und Insert is Bryce Love. Leider der falsche, weil die ist nummeriert. Auf 200 vermute ich auch. Rookie. Ja, auch auf 200 für die Redskins. Wir haben Drew Sample für die Bengals. Damien Williams für die Chiefs. 2 Bates, Matt Ryan und Chavares Ward. Und dann haben wir Rookie Nick Bosa. So wie David Long. Und Auto Jersey is Gary Jennings Jr. Für die Seattle Seahawks. Haben wir die nicht eben schon? Ne, ne? Seattle Seahawks. Nicht nummeriert. Murphy Burnting. Wir haben LJ Clear Groove Parallel. Dann haben wir Chris Goodwin Flight Parallel. Stefan Dix und Baker Mayfield Base. Wir haben Titans, DeAndre Walker. Und Greedy Williams für die Browns. Auto für die Bills ist Oliver. Buffalo Bills. Ja, aber ich meine Revolution an sich. Ed Oliver, normale Rookie, ob den nicht nummeriert. Ich sehe keine Nummerierung. Für die Bills. Wir haben Patriots. Randy Moss. Groove Parallel. Dann haben wir Jordan. Scarlett, Rookie Flight Parallel. Ben, Flight Parallel. Zwei Base. Mit OJ Howard und Zay Jones. Wir haben Rookie Tyler Rapp. Und Singletary. Und Jersey ist für die Michael Thomas und die Saints. Touchdown Threads. Ist auf 150 limitiert. Dann haben wir Jalen Ferguson auf 150 für die Ravens. Auch im Basketball war am Anfang bei Revolution keine Tiefen limitiert. James Winston Groove. Und Delvin Cook für Vikings Flight Parallel. Und zwei Base McGarry und Casey für die Titans. Entschuldigung. Oh mein Gott, der ist heute echt. Oh, ob das so richtig war. Aber das dauert dann vielleicht zwei Spiele, wenn es da nicht läuft. Wird der ganz, äh, wird der Ruckkopf spielen. Wie ist nochmal der Rookie von den Redskins von letztem Jahr? Die ganze Saison verletzt oder fast die ganze Saison? Da haben die ja auch so viel von gehalten, ne? Von der hat nicht so einen Namen. All right, mit der Box sieglück, Jungs. Wir haben Rookie, Anthony Johnson, Buccaneers und Terry McLaurin für die Redskins. Packers ist Devontae Adams. Wir haben Clay Matthews für die Rams. Auf 150. Dann haben wir Rookie, Justice Hill sowie Deshaun Watson Flight. Zwei Base mit Prescott und Brown. Rookie, Dexter Lawrence und Penny Hart und Jersey Auto ist Darius Slayton für die Giants. Ah ja, Darius Juice. Ja, genau. Juice ist, glaube ich, kein schlechter. Ja, würde mich nicht wundern. Die Redskins könnten überraschen jetzt in dieser Saison. Ryan Kerrigan für die Redskins. Astral auf 200. Wir haben Zay Jones für die Bills Group Parallels. Zwei Base mit Kenny Galladay. Ach nee, Galladay war Flight, sorry. Doug Baldwin für die Seahawks und Fitzpatrick für die Dolphins. Patriots und Kiel Harry, normale Rookie, sowie Stanley Morgan für Bengals. Und Auto ist Cleland Farrell für die Raiders. Nicht nummeriert, Auto. Und die Raiders hat Christoph, glaube ich, ja. Weiter geht's mit Thrill to Victory. Und da gibt's Parallels von. Das ist Groove. Sehr geile Karte. Wow, Groove sieht, glaube ich, mit den Kreisen im Hintergrund richtig am besten aus. Sehr cool. Stedham Rookie. Tom Brady Base. Ah nee, Tom Brady war. Flight Parallel, Entschuldigung. Brady kriegt natürlich ein extra Sleeve. Das ist ja halt Brady, Ingram und Brown. AJ Brown. Und Quinan Williams für die Jets. Und Jersey geht an Christian McCaffrey. Sollte nummeriert sein auf. 150. Die Panthers. Weiter geht's mit Cooper Cobb. Hyper auf 25 für die Rams. Oh, hey, Rams. Auf 25, sehr cool. Das ließ man hier. Die Karte Allen. Groove Parallel für die Rams. Second Barclay Flight. Mit zwei Base mit Kennard und Krak... Wie heißt der? Krakraft. Oh, gut Name. Armstead Rookie für die Jags und Ryan Finley für die Bengals. Wir haben Rookie Review, Drew Luck für die Broncos. Sorry. Wir haben James Conner für die Steelers auf 129. Wir haben Eason Stick, Rookie Flight und Leonard Flight für die Colts. Base auf Oluokun und Mariotta. Wir haben Rookie Dillon Mitchell und Andy Isabella. Spirit of the Game Michael Thomas und Jarvis Landry auf 200. DeSean Thompson, Groove. Wir haben Russell Wilson, Flight. Mitchell Trubisky und Bennett Bass. Rookie Sternberger und Burns. Thrill to Victory Cam Newton für die Panthers. Wir haben Hewitt für die Jets auf 75. Impact Rookie. Dann haben wir Feral Flight sowie Flight von Sutton für Broncos. David Johnson und JJ Ward Base. Matteson für die Vikings Rookie und DeAndre Baker für die Giants. Fokus ist Dwayne Haskins für die Redskins. Wir haben Derek Carr für die Raiders. Und zwar Infinite auf 150. Baker Mayfield, Groove, nicht nummeriert. Kruger Hill, oder Grooge Hill für die Eagles. Und zwei Base, Matthew Stafford und TJ Watts. Ich glaube, es wird eine interessante Saison. Und ich glaube, wir kriegen auch andere Teams in den Playoffs als erwartet. Ich glaube, es gibt einige wirklich gute Teams mittlerweile. Und es ist dann sehr gut, dass die Frage, ob das funktioniert so in den Playoffs, ne? Ich glaube, die Lions werden mit Abstand letzter in der Region. Die geben alle ihre Spieler ab und holen sie nicht irgendeinen Schropp dafür. Was der Dingenssager sich ja gedacht hat. Der Patrice hier weiß ich auch nicht so genau. Tony Polar für die Cowboys. Rookie und Sean Murphy Bunting. Wir haben Rookie Review, Drew Locke für die Broncos und Claes Campbell für die Jaguars. Meinst du, Jets? Hm, wie möglich, auf 150. McDougald, sorry, für die Flight für die Seahawks. Wir haben Jujuan Williams für die Patriots Flight. Base of Sheffield and Smith. Wir haben TJ Hockerson Rookie und Trace McSorley Rookie für die Ravens. Colts ist T.Y. Hilton. Und parallel ist William Goldston für die Buccaneers auf 150. Durin James für die Chargers Groove Parallel. Patrick Mahomes Groove. Carson Wentz Base und Grossen Base. Wir haben Marquise Brown für die Ravens Rookie und Darius Slayton für die Giants Rookie. Cardinals Patrick Peterson Jets. Neville Hewitt auf 200 limitiert. Wir haben Cam Newton Flight. Calvin Harmon Flight für die Redskins Rookie. Jason Witten und Thomas Base. Bengals Travian Williams und Cowboys Tristan Hill. Thrill of Victory Aaron Rodgers sowie Julian Edelman. Die sollte nummeriert sein auf 100. Whirl. Julian Edelman. Alright. Rams, David Long, Groove. Nicht nummeriert. Jason Sanders Flight with Dolphins. Base of Thompson and Harris. Zwei Rookies mit Debo Samuel und Dexter Williams. Jersey alter geht an. Daryl Henderson. L.A. Rams. L.A. Rams mit den ersten Hits. Jersey Auto. Nicht nummeriert. Wir haben Jaguars Garden Minshew auf 200. Kahlil Mack für die Bears Groove. Wir haben Jalen Ramsey Flight. Zwei Bays, Edelman und Jones. Rookie ist DK McElf, Seahawks und Jax Josh Allen. Auto für die Patriots. Juju und Williams. New England Patriots. Nicht nummeriert. Rookie Auto. Patriots. Lukas. Packers. Devontae Williams. Das sollte, glaube ich, nummeriert sein. Nee, die ist nicht. Nur die Groove, entschuldigung. Wie heißt der? Pulley für die Giants Parallel. Wir haben Montes Sweat Fly Parallel für die Redskins. Base of McCaffrey and Hopkins. Damien Harris und Josh Jacobs. Jersey ist für Alvin Kamara und die Saints. Hat man schon, ne? Alvin Kamara und die Saints. Nicht nummeriert diesmal. Wir haben Knox für die Bills auf 129. Dawson Knox. Ich finde immer bei Unparallel ist die Checklist größer. Da sind auch viele Rookies drin, die nicht so beliebt sind, sage ich jetzt mal. Jared Wilson Groove. Wir haben Jameson Crowder für die Jets Flight. Khalil Mack und Washington Base. Henderson für die Rams Rookie und Jonah Williams für die Bengals. Wir haben Daryl Henderson für die Rams und Klaise Campbell für die Jaguars. Parallel auf 75. Wir haben Aaron Rodgers Flight. Ollison für die Falcons Flight und zwei Base Rubris und Autry. Ja, habe ich mir eben auch gedacht mit der Mütze, ne? Alright, zwei Boxen haben wir noch. Schauen wir mal. Ich denke mal die Haskins wird K-State sein. Aber ich nehme auch gerne noch einen. Ich nehme auch gerne noch einen. Alright, zwei Boxen haben wir noch. Wir haben Colts. Rocky Sin. Jax ist Garten Menchu. Insert J.J. Ward für die Texans und nummerierte Onwazua für die Ravens. Impact auf 75. Wir haben Giants. DeAndre Baker Flight. Aaron Jones Flight für die Packers. Shepard und Campbell Base. Rookie ist Antoine Wesley für die Ravens. Und Daniel Jones für die Giants. Insert ist Zach Ertz für die Eagles. Colts. Paris Campbell. Rookie. Parallel auf 150. Raiders ist Jonathan Abram. Flight Parallel. Big Ben Flight Parallel für die Seeders. Marvin Jones und Bobby McCain. Wir haben Jadon Ferguson für die Ravens. Und Noah's Fan für die Broncos. Rookie. Focus ist Daryl Henderson für die Rams. Wir haben Lil Jordan Humphrey. Oh, ich weiß nicht. Auf 200 für die Saints. George Kittle Groove für die 49ers. Drew Brees Flight für die Saints. Ridley und Lee Base. Rookie ist Dexter Williams Packers. Und DK Metcalf für die Seahawks. T.Y. Hilton für die Colts. Und Tedrick Thompson für die Seahawks. Auf 200. Wir haben Chargers. Das ist Nasir Adderley Flight. Sutton Flight für die Broncos. Matt Ryan Flight für... Base für die Falcons und AdWords. Für die Jets. Josh Allen Base. Rookie für die Jacks. Und Damien Harris für die Patriots. Kommt mal ganz durcheinander. Jersey Auto geht an. DK Metcalf für die Seahawks. Zum dritten. Dritte Hit für die Seahawks. Wow. Not bad. Seahawks. Ja, hat sie es überhaupt. Seahawks hat sie... Jendrik. Ja, läuft für dich. Jalen Ramsey. Whirl auf 129. Für die Jets. Jets auch oft zertreten bisher. Devante Adams Groove. Wir haben Cleo McFlyt. Und Base. Stefan Diggs. Und Jared Wilson. Wir haben Rookies Josh Jacobs, Raiders. Und Tony Polar für die Cowboys. Wir haben die Redemption hier. Mal gleich. Sehe ich falsch. Redemption. Rookie Focus Groove ist Nick Bosa für die 49ers. Patches Giptas. Emanuel Butler für die Saints. Flight. Gus Edwards für die Ravens. Flight. Zwei Base mit OJ Howard und James. Rookies. Bunting. Normaler Rookie. So wie Arsida Whiteside. I'm talking about Patch. How about a Patch? Juju. Smith. Schuster. Three-color Patch. Aber nicht nummeriert. Dann ist es doch kein Patch. Dann ist es nur die Jersey. Juju für die Steelers. The Sean Watson Infinite auf 150 Texans. Wir haben Derrick Henry Groove. McCaffrey Flight. Base. Gary für die Eagles. Und Hilliard für die Browns. Josh Oliver Rookie. So wie Bryce Love Rookie. Dann haben wir Insert On The Rise. DJ Moore. Normaler. Und Gus Edwards auf 200 für die Ravens. Yep. Bengals. Rodney Anderson. Flight Parallel. Nochmal Flight. Damian Williams. Und Base ist Carson und Bell. Alright. Redemption Time. Viel Glück. Kommt, wie man sowas Gutes. Football. Unparalleled. Rookie Jersey Autograph. Karte Nummer 320 ist. Paris Campbell. Für die Colts. Den ziehen wir immer. Okay. Jetzt langsam kriege ich ein bisschen Angst. Ich glaube, wir den echt aufziehen. Vielleicht ist er doch nicht so gut. Colts ist Christian. Okay, letzte Box schon. Ein bisschen nach hinten hier. Haskins haben wir. Cool. Ein Legend Auto bisher nur. Eine aus 5. Die ist eigentlich ganz schön. Schönes Set. Die Rookie Autos gibt es ja auch mit Patch und mit Tag oder Logo. Wir haben Base Rookie. D'Andrea Walker für die Titans. Wir haben Browns. Greedy Williams. Dann haben wir D'Andrea Hopkins für die Texans. Wir haben Quinnell Williams für die Jets auf 129. Wir haben Callis Campbell Groove. Wir haben Flight, Le'Veon Bell, Darius Juice und Mike Hilton. Rookies sind Taylor Rapp für die Rams sowie Singletary für die Bills. Insert ist Michael Thomas für die Saints sowie Alvin Kamara für die Saints. Ist Infinite auf 150. Wir haben Groove. Tyler Lockett in der Flight. Sorry. Nochmal Flight, Trace, McSorley für die Ravens. Base, Donald und Rivers. Wir haben Dwayne Haskins für Rookie. Nochmal. Alex Barnes für die Titans. Wir haben Tom Brady. Insert. Und auf 200 TJ Watt für die Steelers. Wir haben Greedy Williams Groove für die Browns. Nochmal Browns, Hilliard. Flight Parallel. Michael Thomas für die Saints, Base und Chubb für die Browns. LJ Collier für die Seahawks. Rookie. Dakota Alvin für die Rams, Rookie. Fokus ist Kylo Murray. Wow, die erste, oder? Crazy. Erste Kylo Murray. Wir haben Matt Breda. Whirl auf 129 für die 49ers. Base, Ezekiel Elliott und TJ Hoxson, Rookie. Robert Tonnen, Rookie für die Packers. Foster, Base für die Bills. Siltz, Base für die Bills. Und Callum Murray, Base für die Cardinals. Krass. Jersey Auto geht an Miles Sanders und die Eagles. Miles Sanders und die Eagles. Auf 150 limitiert. Miles Sanders. Wir haben Sack1, Barkley, Hyper auf 25. Auch schön. Für die Giants. Sack1, Barkley. Groove, Todd Gurley, Rams, Derwin James, Flight. Wir haben zwei Base mit Arma für die Panthers und Brown für die Titans. Rookie ist Devin Bush, Steelers und Boykin für die Ravens. Und Auto für die Buccaneers. Sean Murphy, Bunting für die Buccaneers. Fabio, Bucs treffen jetzt hier langsam in jedem Case. Auf 25, Hyper. Sehr cool. 22 von 25 für die Buccaneers. Nick Foles, Groove Parallel. Wir haben Goldson für die Bucs. Flight Parallel, Deontay Johnson Flight Parallel. Zwei Base mit Howard und Fitzpatrick. Wir haben Abram für die Raiders sowie Rooney Anderson für die Bangles. Jersey ist Canyon Drake, diesmal anders, für die Dolphins. Nicht nummeriert. Wir haben Nasir Adderley für die Chargers auf 129. Whirl. Dann Le'Veon, Bell, Groove für die Jets. Jared Wilson, Flight. Zwei Base mit Kittle und Brown. Base Rookie Butler für die Saints. Und Adderley für die Chargers. Devin Singletair für die Bills. Und Andrew Luck auf 200 für die Colts. Chad Beeb für die Vikings. Groove. Und Travis Homer, Flight. Für die Seahawks. Und wir haben Devontae Adams und Craycraft. Für die Broncos. Also, das war es schon für diesen Break. Es gibt sehr viele Parallels. Das täuscht vielleicht ein wenig. Auch wenn man nicht jetzt keinen Hit getroffen hat, wird man, glaube ich, einige Parallels getroffen haben. Ähm, so schlecht was. Wir haben eine Haskins gezogen. Ja, da fehlt vielleicht so ein bisschen so ein cooler Legend, ne? Oder so ein cooler Veteran-Spieler als Hit. Schauen wir mal. Besteht Interesse an, äh, noch einem Case davon? Oder eher nicht? Kann ich es ungefähr einschätzen. Okay, ich mag kurzes Recap. Während ihr eure Meinung gleich postet. Also, here we go. Recap. Wir haben Jersey. Derrick Henry, Fee, Titans. Äh, Canyon Drake für die, ähm, Dolphins auf 150. Jersey Out für die Seahawks. Gary Jennings Jr. Äh, äh, Gary Jennings Jr. Wir haben, äh, Terry McLaurin für die Redskins nicht nummeriert. Von Miller, Jersey auf 150 für die Broncos. Autor, äh, Rickwell, Armstead für die Jaguars. Not nummeriert. Äh, Gary Jennings Jr. für die Seahawks. Äh, Bills is Ed Oliver. Wir haben Michael Thomas, Jersey auf 150 für die Saints. Autor, Cleland Farrell für die Raiders. Not nummeriert. Äh, Darius Slayton für die Giants. Wir haben, äh, Christian McCaffrey für die Panthers auf 150. Autor für die Patriots. Jujuan Williams. Ähm, Daryl Henderson für die Rams. Jersey Auto. Äh, Cooper Cobb auf 25 für die Rams. Alvin Kamara für die Saints. Wir haben Buccaneers auf 25. Murphy Bunting. Äh, Zach von Barkley auf 25 für die Giants. Äh, Miles Sanders für die Eagles. Jersey Auto. Wir haben für die Colts. Paris Campbell, Jersey, Rookie, Jersey Auto. Patch, äh, Juju Smith-Schutz für die Steelers. Wir haben DK Michael für die Seahawks. Und wir haben Jersey, äh, Canyon Drake für die Dolphins. Die schöneren Hits. Fangen wir an mit Lenny Moore. Äh, für die Colts auf 99 Auto. Wir haben Colts. Penny Hart, Auto auf 25, Hyper. Jordan Howard, äh, Hyper auf 25 für die Eagles. Ähm, Dwayne Haskins. Rookie, Jersey, Rookie, Jersey Auto für die Redskins auf 150. Und auf 5 Jason Witten für die Cowboys. Sehr cooles Design mit dem Fireworks im Hintergrund. Auf 5 liegt hier. 3 von 5. Das war's für den Break. Danke an Alphys, mit Mann. Hau zu nächsten Mal auf Peach.